Hallo ihr Lieben, ich melde mich jetzt heute mal wieder mit meinen Schuhen, die ich den ganzen Tag angehabt habe. Die sind super warm, meine Füße. Und ich wollte jetzt mit euch mal zusammen gucken, ob die am Schwitzen sind. Mal hier gucken. Die habe ich jetzt seit heute Morgen um 6 Uhr an. Jetzt gerade ist es so 20 Uhr. Das geht gar nicht mehr weg, der Abdruck. Also dass die Soda schwitzen, hätte ich jetzt heute nicht gedacht. Aber es sind 20 Grad draußen. Ich habe irgendwie meine dicken Boots angehabt, weil ich heute Morgen so gefroren habe. Man sieht richtig den Schweißabdruck und die einzelnen Zehen sogar. So schlimm hatte ich das selten. Aber das zeigt ja auch, dass das mit dem Schweißdrüsen an den Füßen noch gut funktioniert. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video.